so jo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es so eine kleine room tour sozusagen von meinem zimmer leute und ja gleich mal im voraus leute schreibt auf jeden fall in die kommentare ob ihr dann das die ganze wohnung noch sehen wollt oder ob ihr da gar keinen bock darauf habt oder so dann zeige ich euch die ganze wohnung mal noch aber heute gibt es mal nur mein zimmer ich denke mal das passt auch und ja eigentlich ist mein zimmer gar nicht groß leute es gibt nicht so viel zu zeigen auf jeden fall leute hier mein bett seht ihr ja hier hinten habe ich schön meine sonnenbrille ich weiß leute jetzt ist gerade hier nicht das beste licht hier ist die hülle die schutzhülle von der copro mit der ich gerade hier aufnehmen auf jeden fall bettwäsche fc bayern münchen natürlich am start genau leute auch wenn ich jetzt eigentlich kein fußball show oder so eine champions league oder so wenn man kommt ja leute dann haben wir hier mal eine richtig alte shisha ja die ist aber tot leute dies nicht mehr zu gebrauchen weil der schlauch ist da raus gewesen aber was soll es leute genau also hier jetzt sieht man hier mein schatten auch chillig leute ein pfeil und bogen wenn er davon video sehen wollt lasst auf jeden fall mal einen daumen nach oben da haltet dann weil man mit dem kumpel eine challenge ja keine ahnung pfeil und bogen challenge und mit bestrafung dann wäre auf jeden fall richtig nice denke ich dann hier paar poster die hängen da schon ewig her jetzt stolpe ich noch wahrscheinlich hier paar poster hängen hier schon ewig keine ahnung ich mache die euro irgendwie nicht ab sind auch geile autos passt perfekt hier eine zielschebe leute alter jungs jetzt geht es los beim zehn punkte dann haben wir hier so rucksack eine motorrad hose mein helm leute ich hoffe ich schaffe es noch vor dem winter vorm winter dass ich noch ein motorrad video mache aber das motorrad von meinem kumpel ist leider am arsch wieder das heißt wieder davor war meins am arsch jetzt ist seins am arsch und ja weil die motorrad videos kommen einfach am besten an und ist einfach so leute ich hoffe da kann ich noch eins machen hier paar modell autos der h lamborghini nissan gtr und da oben ist ja keine ahnung eine kerze steht auch schon ewig von der kommunion oder so keine ahnung leute auf jeden fall jetzt hier kommen zu meinem fernseher manche haben ja die heißen bildschirm dass die reaktionszeit auf jeden fall verkürzt ist aber ich habe einfach hier mein fernseher so dass ich mal wieder putzen sehe ich gerade oder staubwischen keine ahnung leute hier wie mein herz hängen genau turtle beach px 22 leute bestes headset ohne scheiß dann hier keine ahnung hier habe ich noch eine anlage auch ganz chillig hier die ps3 black ops 2 bestes game auf jeden fall mit eher die zwei die besten spiele ihr wisst bescheid leute ja da haben wir noch die anlage genau hier unten haben wir ein paar games leute keine ahnung was alles dabei ist vielleicht kann ich das dann eine ganze wohnungstour wenn ihr sie sehen wollt mache ich glaube auf jeden fall dann kann ich das da noch zeigen was ich dafür games habe dann hier schrank kleiderschrank und so ein scheiß ganz gewöhnlich klamotten drin und so auf jeden fall leute hier noch ein paar fächer und so mit lauter krimskrams drin hier paar ach die leute gibt es euch französisch bestes fach ever ihr wisst bescheid die ganz alten unter euch sozusagen ich habe jetzt mittlerweile auch schon 120 videos auf meinem kanal oder so ja die kennen das video auf jeden fall wo ich ein bisschen über französisch geht genau leute hier laptop hier arbeite ich immer erarbeitet schneide die videos und so leute da abonniert sind typ auf jeden fall falls ihr es noch nicht getan habt leute ja ich würde sagen hier habe ich auch noch ein ipod genauso heißt das scheiß teil ewig nicht mehr gebraucht keine ahnung was hier war hausaufgabenheft das ist auf jeden fall eh das beste leute wartet da steht auch viel drin bestes hausaufgabenheft ever ja so muss es laufen leute da steht das ein was französisch natürlich was sonst das schmeiße ich dann eh weg das ist noch vom letzten jahr leute ja schule hat ja wieder begann diese woche aber was soll es ich versuche so viele videos wie möglich auszuhauen wenn ich 1 2 ist genau leute dann würde ich sagen war es das von dem video lasst den daumen nach oben da falls ihr so eine challenge sehen wollt oder so oder ich habe auch hier hier eine software ganz geliehen könnte ich auch mal ziel schießen machen oder so eine rotzeile genau und ja lasst den daumen nach oben da falls es euch gefallen hat und ihr so eine challenge sehen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder leute haut rein und ciao